Möchten Sie Ihrem Druckgeschäft ein wenig Magie verleihen? Verwandeln Sie Alltägliches in Außergewöhnliches. Ein schwieriges Projekt in einen Erfolg? Einfaches in etwas Persönliches. Sobald Sie das Geheimnis kennen, ist es ganz einfach. Manche nennen es Magie. Wir nennen es überlegene UV-Drucktechnologie mit dem brandneuen Wörser UV LEF 20. Der Wörser UV vereint auf außergewöhnliche Weise hochentwickelte Eco-UV-Tinte mit einer sparsamen LED-Lampe mit geringer Wärmeentwicklung und ermöglicht so das Drucken auf nahezu jedem Material bis zu einer Stärke von 10 cm in hervorragender Druckqualität. Sie können direkt auf Acryl, Holz, Pappe, Leinwand, Kunststoff, Metall und sogar auf weichen Materialien wie Leder und Stoff drucken. Mit weißer Tinte können Sie Akzente setzen oder die Farbe auf dunklen oder transparenten Materialien zum Leuchten bringen. Mit der transparenten Eco-UV-Tinte können Sie 3D-Texturen und Prägeffekte erzeugen, die Ihrem Druck in eine außergewöhnliche Note geben. Und das allerbeste, mit dem Wörser UV können Sie einzelne Gegenstände oder Kleinserien ohne kostspieliges und zeitaufwendiges Einrichten Ihrer Druckmaschine bedrucken. Mit der Einführung des brandneuen LEF 20 haben wir unsere preisgekrönte Wörser UV-Technologie weiterentwickelt und bieten Ihnen damit einige deutliche Verbesserungen. Zunächst haben wir die Tischgröße auf 53 x 36 cm mit einem Druckbereich bis zu 50 x 33 cm erweitert. Dies ermöglicht nicht nur das direkte Bedrucken von größeren Objekten und Schildern, sondern erhöht auch die Produktivität beim Bedrucken von kleineren Objekten wie Golfbällen, Stiften und Handyhüllen. Des Weiteren haben wir den neuesten Stand der Technologie eingesetzt, um die UV-Lampe, das Schlauchsystem und den Luftfilter weiterzuentwickeln. All diese Verbesserungen sorgen für eine einfache, schnelle und zuverlässige Bedienung des LEF 20. Außerdem können Sie bis zu 20 verschiedene Voreinstellungen für den LEF 20 vornehmen und somit wertvolle Zeit bei Ihren häufigsten Arbeitsabläufen sparen. Die transparente Eco-UV-Tinte erzeugte schon immer außergewöhnliche Effekte. Dennoch haben einige Nutzer den Wunsch nach etwas mehr Geschwindigkeit geäußert. Deshalb wurde der LEF 20 mit einer neuen beweglichen UV-Lampe ausgestattet, welche die Druckgeschwindigkeit auch im CMYK und Weiß-Modus mehr als verdoppelt. Die Ergebnisse sind unglaublich. Ihre Kunden werden denken, das muss Magie sein. Aber seien Sie beruhigt. Ihr Geheimnis ist bei uns sicher. Ihr Geheimnis ist bei einer neuen Recht zu verberhealthenderen Wunsch. Vielen Dank.